Heyo, bitte kommen zurück! Da ist ein Bull Truck hier auf Abwägen, ne? Wir sind ja gar nicht im eingezolten Bereich. So... Hafe, Hafe, Hafe! Jetzt bin ich auf dir. Das ist meine Salampe. Ja, aber... Das ist der... Der Hase von meiner... Der Mann schon von meiner... Von meinem Haus auf mich wortet. Der ist, weiß nicht... Millisens fünfmal größer, oder? Gerade schon mal nur von der Länge her, ne? Von der Löwe ist er dreimal größer. Der ist ja kein Hass. Der... Seid heute so richtig, er wollte ein Wiesenhaus noch. Oh! Das ist nix. Oh, das ist ja eine Bühne voll, oh? Hm? Das ist ja gar nicht. Das ist nix. Ob die von einer Ding ist? Von der... Oder... Oder von dem Böchen, oder? Dann... So... Perfekt! Hey, das machte! Das machte! Das machte! Das machte! Das machte! guess is u ja... Was? Der ist... wentnis. Boom! Da finde ja immer noch Fülle im Loch. Nein, das machte. es werden So, jetzt noch mal an drauf nehmen. Ivan! Ja, schlimm. Hm. So, so, so. Oh, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt auf den Karten. Ah, jetzt haben wir doch ziemlich mehr draußen. Ist der im Babier? Ich möge was Bier gegessen. Doch. Ich bin noch nie an Bären. Oh, das darf ich sehen. Wo ist denn die? Was ist das? Ich bin noch nicht nur so gefühlt. Ich bin noch nicht oberen. Ich hab hier ähm... Gehört, ähm... Kehrt. Einmal ein... Na, zwei Dinge, aber noch drei. Ich mach da mal ein bisschen. Kommt jetzt was? Ich... Eigentlich... Ich bin... äh... Gehört, aber ich hab eben noch nie, glaub ich... Äh, ähm, glaub ich jetzt hängen noch. Das ist ja... Ich kenn den nur im Grenzland. Oh. Heh. Okay, jetzt war er hier. So. Da hat er kein Futter mehr. Pass auf, ich hab ein bisschen was genau, bis der aufdacht ist, oder? Oh. Ah, jetzt... Der muss hab ich gespawnt sein. Na, den hab ich jetzt. Ja, aber... Nochmal. Jetzt bin ich mir seit Spur verfolgen. Äh... Warte mal. Okay. Ist ja doch nicht gespawnt. Oder weiter weg gespawnt. Okay. Warte mal da. Oh, ich hab ihn wieder so... Es ist ja doch nicht wieder so spawnt. Ich werde nicht wie wölfig. Oh, hundig. Also bin ich dann wieder... Oh, es ist ja... Oh, ich hab ihn... Ah. Oh, tut mir leid. Ich möchte leid, Schnucki. Oh, ich mag Wölfe so gehen. Feuerbär, ungebrocht. Oh, da, da, da. Er hat stehen gelogen. Oh, da, da. Oh, da, da. Oh, da, da, da. Oh, da, da, da. Bier, aber wenns gar keinen sehen. Ach, der Winterschlaufe kann das sein. Oder Bier, aber ich bin mir echt nicht sicher. Der Bier macht Winterschlaufe, ey. Echt, sonst ist wegen. Oh, da ist gerade keiner da. ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin mir draußen, da oben. Wuppwuppwuppwupp. Wuppwuppwuppwuppb ... am Trend, oder so? Oder ist das nicht da irgendwo? Nein, bitte. Nein, Trend ist jetzt in Delaware. Aber am Fluss meine ich, oder? Schon am Delaware-Fluss, ja. Das Schaden ist aber schon cool. Ja, das ist doch ein Schaden. Ja, du bist. Spatja, spatja, spatja. Ja, Entschuldigung. Ja, Mann. Ah, gut da. Da hätte ich nur einfach so ein Wasser voll gemacht, da? Ey, so... Sagen... Ey, so ein Wasser voll noch. Inwie würde ich gerne hinlaufen noch. Das sehe ich dir doch noch. Schau dir doch noch. Erstens ist es 3D noch. Es ist ja... Bei manchen Spielen... Es ist ja das Ende... Also es ist so eine... Eher zweieinhalb... Aber da machen wir da jetzt nicht mehr Sachen. Deswegen würde es mir echt nicht... Ach, hier, ne? Äh... Da hin zu laufen. Ja, Mütter, ich glaub... Eben, der doppelt ist eh, ne? Also haben wir noch um... Und haben wir noch, ey. Nicht einfach ein Wasser voll machen, ne? Äh... So... War da vorher was? Ja... Was weiß... Na, mach's noch mal. Ah... Ach, genau. Ich nehme bis jetzt aber so... Umzustiegen. Ah, es ist wohl... Die Mirren... Genau. Ah! Es gibt ne Büchse für mich. So, dass ich nicht... Die schaut nämlich eh nicht anders aus wie die Stammte, oder? Jetzt nehmen wir ein bisschen anders aus wie die Mirren. Ja, sie schaut jetzt nicht komplett anders aus, aber... Ich halte dies nicht anders aus. Ah, das ist ja noch was... Ich würde mir wünschen, es wäre noch ein bisschen mehr Platz, so eh, irgendwie geht es so eine Zeit lang und dann ist da irgendwie so einer, den finde ich immer ein bisschen komisch. Und dann wäre der noch so viel, als wäre der noch, als wäre er einfach nur in mir versteckt, ne. Also hätten sie da vielleicht in mir was gemacht und dann haben sie es vielleicht eh. Es gibt ja oft die Bereiche im Spiel, die dann beim Final-Cutdown, ne, also beim Final-Fertigstellen, der Mech da noch. Er ist eben, wenn er dann irgendwie ne Bastard oder eh, ne, weil sie nicht fertig waren, sonst. Immer noch nicht sicher, dass... Äh, wie ist das? Äh... Ah, das ist ganz klar, genau. Ja, da ist ja so... Ah... 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 Warte mal... Nichtgefuckt. Aber da sieht man ja wirklich nichts, ne, also... Da ist es, da ist es ja wirklich komplett weiß, ne. Darin hat man ja auch was zu sehen, ne. Was dreidimensional ist, ne. Opa! Ah, er hat bei uns ge... Ah, genau. Ist echt komisch, ne? Ah, da ist ja wieder jemand. Schaut nicht mehr aus, das wird noch Wasser. Nein, jetzt mehr oder sowas, oder? Sicher dahinten, sonst verändern. Oh mein, Müll auf, ey. Kommt man doch ewig schneller durch die Welt. Hopp, 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 aufziehen. So, um, 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 um. Ich mein, so klar ist die Dinge. Ich bin nicht dabei. Ich lass hier noch umkommen, aber lassen wir jetzt noch ein bisschen größer sein können. Und einfach noch ein paar mehr so, äh, eben so, äh, vielleicht so, Schauplätze, sind auch so, ey. Ich glaube, wo er, äh, Serikant, ey, schlacht er eben. Ah, jetzt sind wir beim Berg wieder. Genau. Eben so wie Schlaf von Saratoga, oder, ey. Oder, ey. in die Schöhe. So, oder, oder, ist auch zum Trenden. Ja. 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 Ja, wir haben gar nichts mehr zum tun. Ja, jetzt müssen wir nichts mehr in, mehr in Teams. Ja. Aufgerusset. Ja. Ja, okay. Was auch schon. Es. Dann erstmal mal ins Grenzgrund. So, schauen wir uns da noch ein paar Versuchen an, aber, äh, bin mir da echt nicht sicher, ob es eben noch, Also, ja. Ja. Oh, ja. Das ist nicht nicht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Da gibt es eigentlich den Fühlplatz zum Verstecken, ne? Immer. Oops! Oops! Aha! Das war ein Fall! Isto? Haha, das ist wohl in dem Ding transportiert. Ja komm her, komm her. Ohhhh. So. Hier ist es so gut, hier. Geht die da noch? Ja. Haha, ich dürfte sie immer gerne. So. 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 Sieht auch am Bier. So. Äh. So. 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 das ist ein Kern, der ist die, du Mann. Ey, man ist die Hand, äh, muss gehen, ne? Aber sie kennen's eigentlich nicht. Ich brauche ein bisschen mehr gehen, ne? Ich bin die zufrieden, so. Ich bin die zäuner, die ich kenne. Ich bin die Zäuner, die ich kenne. Ich würde mich nicht jucken. Ich würde mich nicht jucken. Ich werde mich nicht mehr aufnehmen. Ich werde mich nicht mehr aufnehmen. Auch bringt's mir um ehrlich. Vielleicht man hier weiß wo. Ach, schon macht die mehr Interfittrig. Acht schon. Jetzt. Hat sie weggebracht. Ja, komm ja jetzt auf! Komm jetzt rein! Komm ja in dich um! Ach, jetzt! Fall! Wenn mir jetzt doch, es werden sicher die Bären, nachdem ich auf sie schossen, immer despawned sein. Ich darf so gern diespawnen. Das ist mir unlustwäse. Ich bin schon Stumpy. Das lässt noch mehr Schatz kommen. Super. Was spielen müsste sie? Spring! Warte mal! Haufen Zweig dabei. Uuuuuh! Ja. Fuuuuh! Mehl! Ich hab den Plan Mehl noch nicht gehabt. Mit. Mit. Ich geh doch die Sprung ins Wasser. Als Baby unten. Oh ja. Hm. Ich bin doch es ub 않았iert. So, wo haben sie jetzt die Birnen? Sind sie halt da? Ah, jetzt... Moment, muss ich mal... Da... Da ist so ein Ding, genau. Da haben sie noch, weiß ich mal, zwei. Ein paar Arme sind immer bis ich hier bin. Oh, ich ziehe jetzt eigentlich ein zweit mit. Er ist meistens da vorne. Ja, oi! Oioioi! Oh, da muss ich hier verstecken. Ja... So, wo ist das? Wo ist das? Ja, da... Hm... Kommt da näher? Ja... Ja... Nicht schlecht. Haben wir jetzt eine andere Richtung. Oh, das war nicht schlecht, ne? Haben wir ihm mit der Rauchbombe... Die Rauchbombe... Aber wenn sie erst zurückflacht... Und dann mit der Rauchbombe... Klipseidig K.O. geschaltet, ne? Und dann sozusagen einfach... Weiß jetzt dies... Ohne die Rauchbombe... Ich hatte schon oft irgendein Ding, ne? Kann man da sehen, woher noch einer, oder? Oh, das ist ein... Äh... Ein PC... Sie... Und dann war es zu mir. Ohne die Rauchbombe... Ohne die Rauchbombe... Ohne die Rauchbombe... Und dann, woher noch... Doch, doch, wommst du aufgefügt dann. Echt, da irgendwo? Ach, komm, da. Geht doch. Okay, Ampere haben wir auf jeden Fall nochmal nichts. So, nochmal schauen, ob unten wieder ein ist. Ich wollte jetzt auch finden. Oh, eigentlich, möchte ich jetzt die Amp nicht anhaben, oder? Ja. Da ist tatsächlich wieder... Oh. Wieder, mindestens auch noch ein Bär. So. Okay, jetzt gerade oben. Tja, her, her, pfeifeln wir. Okay. Man kann hier nicht, dass er um den Baumhörer her... ...und, dass er um den Baumhörer herkommt. Okay. Das kommt aber nicht. Mal inlaufen, damit das so viele. Und ja, genau. Oh, ich, vielleicht hab mir da eine andere... Gut. das ist ja wirklich weissig... Okay, jetzt geht er. Oh, mit Bombe. Obwohl wahrscheinlich mit Bombe, man muss sich nicht sicher sein, was so auch schafft. Ja, was weiß ich wahrscheinlich mit Bombe. Ja, mit Bombe. Aber jetzt wieder in Ordnung, weil da draußen sind da drin, weil da zwei gewesen sind. Du, 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 du. Du, du. Warte, wenn ich das wäre wie ein Zock in die Richtung, weil drin kommt mir ja wieder nicht auf, ey. Oh, blub, 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 blub. Da. Oh, so ist es. Da habe ich auch gesagt. So. Beim zweiten Mal war ich doch besser, ne. Ich glaube, ich habe jetzt auch nicht die Rauchbombe gemacht, ne. Aber eben, ich habe sie sehr gesehen, mit die Rauchbombe fuchs ich auf jeden Fall bei Bern. Ich war mir natürlich nicht sicher, ne. da. Ja. Weil, ja, wie er halt mit dem Trauchbombe zu fahren. So. Was gibt's denn da eigentlich noch, äh, so Sachen. Äh. Warte mal, da gab es so ein Ding auftrag. Der Mutti. Äh. Oh, machen wir nächste Folge. Danke fürs Zwischen. Bis zur nächsten Folge.